Was ist der Unterschied zwischen der Schule und einem Knochen? Der Knochen ist für den Hund und die Schule ist für die Katz. Kommt ein Mann zum Optiker und sagt, ich brauche eine Brille. Kurz oder weitsichtig? Durchsichtig. Der Lehrer fragt, welcher Vogel baut kein Nest? Daraufhin sagt Anton, der Kuckuck. Richtig. Und warum nicht? Weil er in einer Uhr wohnt. Rein theoretisch kann ich praktisch alles.